Ja, es war sehr hart bis jetzt. Wir haben viel trainiert, aber jetzt gehen die Spiele los und wir sind bereit. Die zwei haben bewiesen, dass sie auf hohem Niveau spielen können und ich denke mal, die sind auf jeden Fall bereit für den nächsten Schritt dieses Jahr. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum ich hier dabei bin und ich stehe jedem auf jeden Fall mit Rat und Tat gern zur Seite. Liebe Fans, wir sind bereit für die Saison. Ich hoffe, ihr seid es auch. Let's go!